Hier präsentieren wir die 5 besten Lunchboxen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Wansanti Bento Box Kinder. Diese Box für Kinder hat 4 Fächer in verschiedenen Größen. Dank der Doppelsperre öffnet sich das Paket nicht unbeabsichtigt. Deshalb ist es undicht und geht auch nicht in die Tasche, wenn Sie spielen oder laufen. Der Hersteller schlägt diese Box für Brot, Joghurt sowie Obst vor. Es wird ohne PVC und auch BPA hergestellt und hat daher auch keine negativen Folgen für die Gesundheit der Kinder. Da das Produkt aus lebensmittelsicherem Kunststoff besteht, hat dies keinen Einfluss auf die Präferenz der Lebensmittel im Inneren. Nummer 4. Brigamo Mini Mouse Kinder Brotdose. Im Gegensatz zu den bisher angebotenen Containern hat diese ein fantastisches Motiv. Es zeigt Mini Mouse und so die meisten Jugendlichen mögen es. Aus diesem Grund wird die Lunchbox zusätzlich häufig genommen und auch genutzt. Diese Lunchbox für Kinder verfügt über 3 Bereiche. Sie können diese separat laden, da es ebenfalls 3 Öffnungen gibt. Durch seine Masse von 18 x 13,5 x 6 cm passt das schadstofffreie Produkt perfekt in die Schultasche oder Vorschuletasche. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Alpinloacker Edelstahl Lunchbox für Kinder und Erwachsene. Diese speziell haltbare Lunchbox eignet sich sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Es wird auch mit einer koordinierenden Alkoholkonsumflasche im Wirtschaftsplan verwendet. Im Vergleich zu den bisher präsentierten Lunchboxen ist diese aus Edelstahl gefertigt. Mit 17 x 13 x 6 cm hat diese Lunchbox die hervorragenden Abmessungen. Es hat ein Volumen von einem Liter, was für die Schule und auch die Vorschule ausreicht. Der Hersteller gibt an, dass der Artikel 100%ig ohne schädliche Substanzen hergestellt wird. Nummer 2. ESA Sons Bento Lunchbox. Versuchen Sie, eine Leckereibox zu finden, um Ihren Kindern einen gesunden sowie unterschiedlichen Snack zu servieren oder für einen frischen Leckerbissen oder ein leckeres Mittagessen im Büro? Es ist ein Hindernis, eine Box zu lokalisieren, die das Essen sauber teilt und nicht ausläuft. Es muss genug erlauben, aber noch in Ihre Collet-Tasche oder Rucksack passen. Es muss Obst, Salat sowie Sandwisches voneinander in einer undichten Weise teilen sowie von hoher Qualität für den täglichen Gebrauch sein. Und die Nummer 1 unserer Liste. Evoliko Nachhaltige Lunchbox für Kinder. Sie können diese Lunchbox in den Farben rosa, umweltfreundlich, blau und auch beigewählen. Es besteht aus ganz natürlichem Weizenstroh und wird dadurch nachhaltig erzeugt. Neben der Dose erhalten Sie sicherlich auch zwei Ersatzkappen, Einsätze und entsprechendes Besteck. Im Gegensatz zu einer normalen Lunchbox bietet diese Lunchbox noch mehr Stauraum. Das liegt daran, dass es drei Kanister hat, die einzeln geladen werden können. Wie viele Kisten für Kinder ist es auslaufsicher und daher auch perfekt für den Transport in einer Tasche oder einem Rucksack? Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.